Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bluts Tower Defense 5. Und wir gehen eine neue Challenge an und zwar eine zufällige Mission, wie immer nehmen wir die erste, da wird nicht ausgewählt. Was einmal schön ist, dieser spezielle Haufen, starte in Runde 35 von Affengasse, ja man, der erste Level, aber ein super Level, mag ich. Auf, schwer, mit null Geld, wollte ich mich verarschen, soll ich schmeißen oder was auf die Bluts? Verwende die zur Verfügung gestellten Agenten, um die Bluts abzuwehren, bis du stärkere Türme erhalten könntest. Acht Türme maximal, oh ihr seid doch witzig. Aber okay. So, wir haben, was haben wir dann, haben wir da hinten oder was? So, zwei so Bären. Okay. Dem bin ich mir jetzt nicht sicher, der schießt glaube ich mit solchen Nüssen und der schießt immer schneller, wenn mehrere da sind. So, irgendwie geht das, oder ist das der da? Das weiß ich jetzt gar nicht. Die Schildkröte gehört ins Wasser. Oder? Nö. Nö, 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 die kann man überall hin. Gut, dann würde ich sagen, Schildkröte eine dahin. Das ist der, der immer schneller wird, glaube ich. Den geben wir dahin. Einen zweiten geben wir dahin. Da trifft er auch immer was. Eine zweite Schildkröte. Geben wir da runter. So, was haben wir noch? Wir haben das da, das können wir aktivieren. Das stellen wir irgendwo auf die Seite. Das müssen wir hier machen. Dann haben wir nur zwei so, das ist der mit schneller schießen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Egal, wir geben den jetzt hier hin. Haben wir da noch was? Ja, zwei Bären, das ist natürlich auch super. Der hat eine größere Range, der Bär. Würde ich sagen, warte mal Leute. Moment, das muss man praktisch angehen. Ich würde den gerne hier hin, aber da ist schon kein Platz mehr. Wir geben den hier hin. Und einen zweiten Bär noch. Ah, hier scheiße. Hier gleich zwei Bären, ne? Oder den hier hin. Da hat er da oben nur ein bisschen Range. Maximum acht Tauer, oder was? Ja, das ist ja nur vorübergehend. Kann man die eigentlich verkaufen? Jo. Das ist nur vorübergehend. Gut, dann haben wir hier nur einen. Aber ja, ich muss halt Geld verdienen. Jo. Und ich würde sagen, let's go. Das haben wir ja auch zur Not hier. Was macht der eigentlich? Ah, ich habe mich getäuscht. Das ist für die Dings, für die... Wie nennt man die, die, äh, Camonflux-Dinge? Jetzt brauchen wir hier das. Kommt da was? Ja, wir brauchen halt stärkere Tauer dann. Das heißt, Geld verdienen und dann geht's. Das, was wir jetzt eh schon machen. Ein paar wären da durch, aber so grob geht's. Nö, nicht mal. So, wir haben 1500. Jetzt können wir uns einen Tauer schon leisten. Ich würde sagen, die sind unnötig hier. Was nehmen wir denn? Irgendwas, was auf, 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 äh, Camonflux geht. Vielleicht ein Kluganner. Ein Kluganner ist sicher nett. Wer geht denn auf Camonflux? Lasst mich nachdenken. Hm, der Ninja-Affe, glaube ich. Genau. Gesperrt. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Ja, da müsste ich einen verkaufen, glaube ich. Dann verkaufen wir den da. So, jetzt ist der frei. Der Ninja-Affe, der geht, glaube ich, auch auf die Camonflux. So, den werden wir natürlich gleich upgraden. So, los geht's. Das geht jetzt schon eine Spur besser. Ja, da müssen wir halt dann tauschen. Die normalen Tauer verkaufen. Schießt der da runter? Ja, oder? So, was machen wir? Rechte oder linke Seite? Ich würde sagen, die linke. So, ein paar sind durch, aber sind nicht so schlimm. Hammer. Wie viel kostet das bei Max? 2,9. Okay. So, wir werden jetzt einmal das nehmen. So, wie viel haben wir gesagt? 2,9. Das brauche ich noch. Riff 39. Scheiße, das ist der Laser nicht ready. Den bräuchte ich aber. Der soll immer auf den stärksten gehen. Das müssen wir anders machen. Der genauso. So, jetzt geht das ein bisschen besser. Wann wird das Eichhörnchen eigentlich wahnsinnig? Ich weiß nicht genau, wie das geht. Scheiße, ich brauche das hier. Komm, komm, komm. So. Jetzt haben wir hier 10. Jetzt geht das als Spur besser. Wie groß ist die Range? Das geht so. So kann man halbwegs arbeiten. Was nehmen wir als nächstes? Ich bräuchte so einen Supermonkey auf jeden Fall. Das ist teuer, teuer, teuer. Aber egal. Das Eichhörnchen hier ist ja auch für den Arsch irgendwie. Boomerang könnte man nehmen. Oder den hier, einen Supermonkey. Genau, wir nehmen den Supermonkey. Rechte Seite upgraden. So, jetzt muss ich auf 8,6 warten. Das ist natürlich sehr viel. Aber egal. Der Ninja hier ist super. Schaut euch das an. Der hilft mir sehr viel. Die Schildkröten sind dann so wirklich nützlich. Aber es geht. So, Wolf 43. So, ich sammle gerade Geld. Ja gut, beim Boss könnte ich ja das hier dann nehmen. Das passt ja auch. So, ich sammle Geld. Wie viel brauchen wir? 8,6,40. Das ist natürlich auch schwer. Ist das teuer, der Spaß hier? Aber okay. Welle 45. Haben wir aber bald. Haben wir bald. Den Boss mache ich mit dem hier fertig. Das geht danach. Weiß ich aber nicht, was ich mache. Da müssen wir genug Geld haben dann, dass ich den Supermonkey hier fertig kriege. Dann kann man das schaffen. Also es ist nicht unmöglich. 85 wird Hardcore. Also da brauchen wir noch viel bessere Tower. Wir haben halt fast gar nichts im Moment. So, jetzt kommt der hier. Den schaffen wir natürlich so ohne nicht. So, dann können wir die nächste Runde nur einläuten. Dass die hier drauf gehen gleich am Anfang. So, das habe ich. Das heißt, der Supermantip wäre möglich. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Wir könnten auch ein Auge machen. So eine Farm, aber das ist auch teuer. Ansonsten vielleicht gegen Bosse den Bloomchipper. Das wäre eine Idee. Aber ich glaube, der ist generell gesperrt. Diese Schildkröten sind nicht so nützlich. Ganz ehrlich. Der deckt die halt auf. Das ist das einzige, was der kann. Ja, so halbwegs kommen wir klar. So, jetzt verkauft man diese Schildkröte hier. Der Bloomchipper ist nicht möglich, aber eine Nagelfabrik zumindest. Das geht. Die stellen wir hier hin. Und natürlich die linke Seite. Mit dem kann man schon mal arbeiten. Das geht sogar richtig gut. Und jetzt einiges hier auf die Nagelfabrik zu. Aber es sollte gehen. Ja, es läuft soweit. Supermonkey ist ja auch noch ready zur Not. Also wie gesagt, so kann man arbeiten, Leute. So geht das. Welle 50. Jawohl. Da ist mir der Boss dann auch egal. Ich schaue dann, dass ich das ready habe. Wir machen uns einfach noch ein paar Supermonkeys. Okay, es ist doch ganz einfach. Und das Affendorf wäre auch cool. Ich hoffe, das ist jetzt nicht gesperrt. Das kann ich statt dem dann nehmen. Ich kriege ja keinen, wenn ich den verkaufe. So, den gehen wir weg. Dann nehmen wir das Affen. Boah, das ist gesperrt oder was? Oh, nee. Das ist nicht euer Herst. Das ist jetzt scheiße. Der Hubschrauber nimmt der nicht? Vielleicht die Camonflax auch? Ich glaube schon, oder? Na, Elie ist teuer. Aber egal, der geht. So, pass auf. Dann setzen wir hier hin. Fest verankern. Wer mal ihn... Hier. Tarnbloons, ja. Das ist das Upgrade. Wir werden das linke nehmen. Linke Seite hier. So, das macht er mit dem Rotor die auch noch ein bisschen kaputt. Und dann kriegt er natürlich das Max Upgrade. Aber dazu brauche ich 19.000. Das ist ein teurer Spaß. Aber auf die Spontane kann nichts passieren, weil wir haben ja das und das. Das heißt, ein Stück weit komme ich. Die Frage ist nur, wie weit? So, diese Bären, die sind auf jeden Fall okay. Die lassen wir. Die Schildkröte können wir nur weg, wenn ich noch einen Tower brauche. Das geht. Welle 53 haben wir. Ein paar Supermankes mehr werden auch nicht schlecht. Interessante Challenge, muss ich sagen. Sowas hat man noch nicht. Der hier ist auf jeden Fall auch nützlich. Welle 54. So, jetzt machen wir mal einen Supermank hier. So, Welle 55. Das ist so stoßweise wieder was anscheinend. Es geht so, es geht so. Die kommen klar, die Bären sind super. Wenn es zwei Bären sind, da kann man damit arbeiten. Den Rest macht unsere Spike Factory hier. Die ist mit Sicherheit nicht unnütz. Das läuft. So, Welle 56. Schon viel Damage da auch für die Bosse. Das geht. Ja, ist kein Problem. Welle 58. Das läuft richtig gut. Ich freue mich, den Healy jetzt gleich abzugraden. Weil ich glaube, das bringt uns viel. Der haut nämlich richtig gut mit seinen Raketen dann rein. So ein Bomber könnte man auch noch nehmen dann. Ich werde die Schildkröte dann da weg. Welle 59, Leute. Es wird noch schwer genug. Scheiße, dass ich keinen Blutschipper nehmen kann. Aber da werden wir einfach das hier nehmen dann. So, ich nehme jetzt mal hier einen Supermank. Weil das wird ein bisschen zu krass. Welle 60. So, jetzt kommt ein Roter sogar. Schauen wir mal, wie wir den fertig machen. Bis jetzt geht es ganz gut. Ein bisschen was verträgt die Spike Factory. Das ist jetzt nicht das Problem. Ein bisschen was geht. Gleich haben wir das hier. Gleich haben wir das. 18, 9, Leute. Welle 61. Superman G. So, jetzt reicht es aber. Das ist mal zu viel Risk. Dann nehme ich das hier. Seht ihr? Das geht. Ey, bleib hier du. So. Hier noch ein paar und dann haben wir es eigentlich. So, komm jetzt. Gib mal diese 900. Sei nicht so gemein. Jawohl. Jetzt hat er die Raketen. Jetzt läuft es hier. Der haut jetzt richtig gut rein. Was hat er eigentlich für eine... Na, das weiß ich nicht. Aber genug Range. Jawohl, Leute. So, was nehmen wir als nächstes? Nachdenken wegen der Tower. Ich würde sagen, Richtung Bomber gehen wir. Ah, der ist gut. Der ist gut, der Heli. Auch diese Stoßweisen. Das macht er richtig nice. Das ist der Einzige, der die aufhalten kann. Effektiv hier. Oh, er macht das aber richtig gut. Welle 64. Jawohl. Kann ich mal den nur aufheben hier. Ich werde dann den Bomber nehmen. Also, ich habe mich entschieden. Das ist, glaube ich, das Beste. So, das werden wir dann mal klein machen. Flugzeug kriege ich hoffentlich. Wo ist es denn? Bin ich blind? Das müsste da oben sein. Jo, hier ist es. Jetzt gehen wir in die Mitte. Lassen wir hier im Kreis fliegen. Schöne Upgrades hier kriegt er noch. Wow, 19,4. Das wird ein bisschen dauern. Aber danach haben wir den Bomber. Und der hilft sicher auch einiges. So, jetzt kommt der Rote da. Ich nehme einen Supermanke zur Sicherheit. Jo, es läuft eigentlich. Welle 67, Leute. Welle, Welle, Welle. Noch immer 67. Welle 68. Welle 69. Was wir auch noch machen könnten, ist diese rechte Seite von der Spike Factory. Das wäre sicher auch nicht schlecht zum Aktivieren. Vielleicht hier. Das ist eine Idee. Welle 70. Also der Heli ist absolut göttlich. Der macht es. Das Flugzeug verdrängt immer den Heli. Das finde ich lustig. Schaut mal. Auch lustig. So, Welle 70, wie gesagt. Welle 71. Welle 72. Und ein roter. Und ein roter. Ja, das kriegen wir hin. Welle, Welle, Welle 73. Und 70. Oh, zu viel roter ist jetzt auch nicht gut. Jetzt wird es schon mies langsam. Aber es geht noch. Gleich haben wir den Bomber. Welle 74. Welle 75. Welle 75. Ich könnte den auch verkaufen. Der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut da. Aktivieren wir jetzt mal. So, jetzt müssen wir den Bomber eigentlich schon haben, bald. Ah, bis sie noch. Welle 76. Da kommt stoßweise was. Ich hoffe, der packt das jetzt. Ich möchte hier nichts. Oh, wir müssen das nehmen. Aber ich bin nicht zu spät. Oh, gerade noch. Gerade noch. Gerade noch, Leute. War knapp. So. Das war jetzt scheißknapp. Aber jetzt haben wir den Bomber. Jetzt läuft es wieder ein bisschen besser. Ah, du Scheiße. Was kommt denn da alles an? Aber gut. Die arbeiten gut zusammen. Die packen das. Was aber schon sehr schwierig ist hier. So, jetzt brauchen wir wieder noch bessere Tower. Ich würde sagen, das sparen wir uns diese 9000 weg. Da mache ich lieber das hier. Und eine zweite Spike Factory. Und zwar zum Aktivieren. Und zwar hier. So, dann kann sie das Bike werfen ohne Ende. So, wo sind wir? Welle 78 haben wir. Ja, es läuft richtig gut jetzt. Welle 79. Auch eine sehr giftige Welle. Zur Not haben wir immer nur das. Das ist so unser Notstand sozusagen. Für die Bosse nachher das da. Na, die Grünen. Das wird sicher giftig werden. Da könnt ihr euch sicher sein. Welle 80 glaube ich haben wir. Ich schaue kurz nach. Welle 80. Jawohl. So, der Bomber. Der ist wirklich. Also den brauchen wir auch schon. So, jetzt haben wir das zum Aktivieren. Welle 81. Oh, 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 oh. Aber wir kommen noch klar. Ah, wird aber schon schwierig. Welle 82. Ich sammle gerade Geld. Oh, holy shit. Da geht es richtig ab jetzt langsam. So, jetzt aktivieren wir das mal. Das wird mir nämlich zu stressig hier. War auch nötig. War auch nötig. Ihr seht's. Es kann schon ins Auge gehen. Welchen Tower nehmen wir denn noch? Wir haben da noch was. Wir haben einen zweiten Bomber. Einen Gluganer. Irgendwas. Irgendwas gegen Bosse. Was ist das Beste gegen Bosse, was wir haben können? Das ist halt die Frage. Ich verkaufe jetzt mal den hier, damit ich sehe. Weil ich sehe ja nichts. Was haben wir gegen Bosse? Irgendwas zum Aktivieren. Was war denn das? Das Schiff war's? Das haben wir aber nicht. Dann, ich glaube. Das da. Rechts. Ja, ja. Ich glaube, das war's. Nachher gegen die Bosse, Leute. Setz mal hier hin. Und zwar die rechte Seite. Du sollst immer auf den stärksten gehen. Genau, diese fette Bombe hier. Das ist auch schnell, glaube ich, wieder aktiviert. Und da vielleicht sogar einen zweiten. Wir brauchen einfach nur was gegen Bosse. Bäm. So. Naja, es dauert schon, bis es wieder ready ist, ne? Aber es geht. Geht, geht. Wir sind in Runde 83. Ein Superman geht. Natürlich, wir nehmen einen Superman, falls wir können. Ja, können wir. Super. Den stellen wir hier hin. So ein bisschen in die Mitte. Der soll da Gas geben. Das haben wir 84, glaube ich. Genau, 84. So. Bäm. Boah, je, je, je. Hier geht's ab. Wisst ihr was? Das riskiere ich jetzt nicht. Boah. Ich denke mal, mit dem Laser hast du hier nur Stress. So, Welle 85, die letzte. Da sind sie, die Scheißer. Ich sag mal, Bäm. Alter, dann mach mich das auch nochmal. Besser wie nix. Das ist eh gleich wieder ready. Da kommt aber nur ein Zoom. Ja, bei unplatzbar kommen wir. Boah, hab ich Glück gehabt. Wenn da fünf Zooms kommen, womit ich gerechnet habe, dann hätte man ein Problem gehabt. Haben wir aber schön gelöst. Ich sehe hier nur 147 Restleben. Also, total in Ordnung. Es war wirklich eine schöne und spannende Runde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich fand's wirklich spannend und gut. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.